hallo leute willkommen zurück zu einer weiteren let's play folge minecraft im zwergreich so viele eros ja was haben wir letzte woche gemacht wir haben den turm ein bisschen die dächer auf den turm die dächer gebaut so wir brauchen noch mal ein paar mit so was haben wir denn hier jetzt eigentlich eisen 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 gold und sonst steine gut haben wir gerade keinen platz mehr was haben wir denn hier so machen wir mal das eisen ein eisen gold noch mehr eisen so was haben wir denn hier aber steine müssen wir kurz mal ein bisschen sortieren wir können mal wieder ein paar steine brennen kann man einmal ein ganzes deck reinhauen da können auch ein ganzes deck reinhauen auch noch ein stack was wir reinhauen können da die können wegschmeißen so das brennt so jetzt wollte ich noch mal schnell von meiner letzten woche gemacht ihr seht es sich die tür machen angefangen die dächer der verteidigungs weil ob sie das so anders aus hat es bestimmt nur was höher ist und wir wollen nach oben noch mal schnell fertig bauen wir wollen nach oben noch mal schnell fertig bauen und das machen wir erstmal weg das kann erst mal weg so jetzt hoch und so haben wir noch erde erde mittlere loch so wir brauchen noch zack zack hier rum da oben das war schon auf wiedersehen zack 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 dann können wir steine brauchen wir hier auch mal immer mal die weg das können wir da lassen so pflicht machen auch gleich auf den turm das können wir hier ran machen und zack machen wir den turm auch beleuchtet das ist sehr schön zack runter so leute jetzt wollte ich eigentlich das könnten wir eigentlich hier auch machen hier brauchen wir eine schaufel jetzt machen wir erstmal einen wehrgang wie wir hier auf unsere mauer hochkommen ich wollte mal moment nur mal kurz von unten gucken das will ich von unten bitte machen so hier wollen wir rein hier wollen wir rein das müsste eigentlich passen zack also jetzt gab uns erst mal einen weg ein noch so und jetzt müssten wir uns einfach nur mal ein bisschen hoch graben hier kommt die erste stufe hin hier müssen wir mal ein bisschen die decke weg machen zack und dann will ich hier dass wir hier die stufen hinkommen dass wir noch oben kommen wo kommen wir denn hier raus tttt das ist ein bisschen doof das ist ein bisschen doof dann müssten wir drei steine so ich ab hier müssten wir dann sonst kommen wir direkt da in unseren raus das wollen wir ja auch nicht so zack 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 so das muss auch nochmal weg so hier kann ja was denn das nicht so schlimm zack und zack hier kommt auch noch mal die steine weg müssen wir immer noch weiter noch weiter müssen wir noch oh man oh man oh man wir können das aber auch so machen jetzt habe ich gerade leider nicht nachgedacht so ein bisschen moment gehen halt nochmal ein stückchen rein auch das leute das ist jetzt das finde ich gerade jetzt ein bisschen doof uhr na komm her wir hätten uns ab hier so einfach reingraben sollen wir machen das mal anders im moment soll ja auch ein bisschen parallel zur anderen seite sein so den wollen wir erstmal nicht nehmen so der weg der weg der weg dann müssen wir das da hinten vielleicht nochmal alles zumachen das war dann doof aber so ist das doch besser wir lassen das nochmal ein bisschen erstmal so hier kommen wir hoch das machen wir erstmal kurz zu zack 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 so das ist zu hier kommen wir runter dann müssen wir hier machen wir einfach gehen wir nochmal einen runter hin usern zack so zack zackank zack dann können wir das auch gleich wieder zumachen zack So, jetzt haben wir uns zwar ein bisschen verbaut, aber dann müssen wir halt nur die eine Seite erstmal zumachen. Zack, zack, zack. Dann nehmen wir einfach mal die Erde. Da haben wir ja genug von. Zack, zack, zack. So, das ist okay. Haben wir noch Stufen? Ja, nur vier Stück, ne? Vier Stufen, da kommen wir aber auch nicht weit. Zack, 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 zack. So. Aber das gefällt mir schon besser. So, und der erste Stufenstich ist hier vorne. So, dann machen wir das jetzt mal auf der gleichen Ebene wie hier. Äh. So. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, dass das genauso breit ist, weil das so ein bisschen parallel laufen. So, Leute. Und eins, zwei, drei, vier. Vier breit. Ja, noch eins, zack, zack. Hier kommt die erste Stufe. Jetzt müssen wir nochmal die Stufen zählen kurz. Wie viel wir runter müssen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Stufen müssten es sein. Gucken wir gleich mal. Eins, zwei, drei. Zwei. Vier. So, jetzt müssen wir sechs haben. Zählen wir nochmal. Zack, zack, zack. Nochmal hoch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, jetzt muss das passen. Und dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun Stück von der letzten Stufe an. Okay. Oh Mann, das kann ja jetzt was werden. So. Das müsst ihr jetzt. Wir können ja mal Lampe machen. Ich bin mir gar nicht sicher, Leute. Ich bin mir gar nicht sicher, Leute. So, jetzt sehen wir mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Wie steht denn hier? Oh, das ist doch fast perfekt. Fast perfekt, Leute. Zack. So. So. Da müssen wir noch ein nach drüben. Zack. 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 Und dann können wir das hier... Machen wir gleich drei hoch. Dann hauen wir das auch. Zack. Zack. Dann kann man jetzt unsere Wehrgänge nämlich auch von den Treppen aus begehen. Füllen wir das gleich mal hier auf. So. Haben wir. Sehr schön. Dann können sie auch später die Zwerge von hier hoch. Zack. Dann sind sie schon direkt auf die Wehrgänge. So. Da haben wir das geschafft. So. Haben wir eine nächste Etappe geschafft. Von... Unseren Zwergenreich. So. Was ich mir total gar nicht gefällt, ist ja das hier. Zack. Machen wir mal hier so ein paar richtig ran. Zack. 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 So. Dann haben wir das schon mal. Unser Zwergenreich wächst und wächst, Leute. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz schlafen. Uhr. Schnell laufen. Wir gehen mal kurz schlafen. Dann gucken wir mal, ob wir ein paar Treppen bauen könnten. Zack, zack, zack. Schlafen. Ja, ich weiß. Error. Error. So, zack. Ich möchte gerne diese anderen Treppen haben, die. 44, müsste eigentlich reichen. 44. Das müsste eigentlich reichen. Ja. Das läuft langsam. Das läuft langsam. Unsere Borg wächst und wächst. So. Zack. Zack. Wergang. Sehr schön. Hier geht es jetzt auch runter. Dann müssen wir andersrum bauen. Zack, 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 zack. Zack, zack. Zack, zack. Hammer. Sehr schön. So, Leute. Wehrgang. Der neue Zuweg zu unserem Wehrgang ist fertig. Da können wir jetzt dann immer außen. Wenn hier dann irgendwann die Tore reinkommen, können wir hier von innen auf unsere Mauer rauf, weil von außen ist ja einmal doof, bisschen auf die Mauer zu kommen. Denn wenn von innen gestürmt ist, kann man nur von außen hier rauf, das ist auch doof. Ich glaube, wir werden auch die Mauern hier schließen. Da haben wir noch ein bisschen was. Ja, hier haben wir noch was. Die werden wir schließen. Und wenn wir hier vielleicht gar nichts reinmachen. Das sind dann einfach stabile. Die werden wir nochmal auffüllen. Dann haben wir hier so eine dicke Mauer. Und von außen, also von innen kommt man dann auf die Mauer rauf. Das ist sehr schön. Aber ich würde sagen, wir sind fertig für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, schaltet wieder nächste Woche ein zu einer weiteren Let's Play Folge Minecraft im Zwergenreich. Bis dahin. Tschüss.